Yo, MC Herodes wieder meldet sich mit einem Unique Boxing, die schaut ihr doch so gerne. Ich hab mir heute gekauft, Resident Evil, oah, für die Wii U. Jetzt denkt ihr, boah ist der dumm, der hat da übrigens viel Geld für bezahlt. Aber nein, ihr seht selbst, hier steht Playstation 3. Das ist von einem anderen Spiel, was ich wirklich dafür bezahlt hab. Ja, ich hab gefehlt. 20 Euro. Und an der Stelle Unboxing und gleichzeitig ein paar Ankündigungen. Boah, war das lange her, wo ich den letzten Song hochgeladen hab. Boah, könnt ihr euch noch reinhören? Ich nicht. Auf jeden Fall hab ich jetzt wieder was Neues in der Röhre. 1. Mai kommt ein neuer Song mit dem Thema Frühling zu euch in die Abonnentenbox geflattert. Und ich bin danach auch nicht wieder inaktiv. Nein, danach kommt noch ein Song über ein erscheinendes Wii U-Spiel. Der eine oder andere kann sich vielleicht denken, was das sein könnte. Und ich hab mir eventuell auch schon einen tollen Gast da reingeorganisiert in das Video. Das muss ich noch machen. Der Song ist schon fertig. Oh, schön. Das ist doch nicht mal ein Spiel. Der Song ist schon fertig. Und 1. Mai, wie gesagt, Thema Frühling. Und später dann, noch vor Ende Mai, ein Song mit einem Thema zu einem noch erscheinenden Spiel für Wii U. Das ist meine Ankündigung. Das ist das tolle Spiel, das ich mir gekauft hab. Mal sehen. Das hat, glaube ich, kein Wendekover. Doch, es hat ein Wendekover. Ha! Da muss ich mal sagen, ha, Anna, hier, du hast kein Wendekover. Und auf Wiedersehen. Outro